Ich weiß, aber ich kann dich nicht nochmal verlieren, weil du kämpfen willst. Es ist nicht mehr wie früher. Ich werte deinen jüngsten Ausbruch mit Strang aus. Vielleicht gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Unkontrollierbar, wir haben unser Bestes gegeben. Wir müssen besser sein! Wer weiß, was Kalos und der Zeuge wollen. Aber es könnte uns alle gefährden. Das, das werde ich nicht zulassen. Ich muss mehr über diese Stränge nachdenken. Rede mit den Koruli über unsere nächsten Schritte. Osiris. Schon gut, Geist.